Savar gemacht. Aris kennt ihr. Und diese Batsmi, diese Zuckerfest, die wir haben. Das hab ich mir nicht gewünscht, das wird automatisch passieren. Hoffentlich mal. Shilan oder Kille? Ja ne, Shilan. Wenn ihr in eurem Leben einen Traum habt, ich schau mir jedes Kommentar heute Abend an im Bett. Remy K. Ich seh wieder aus. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Account Remy K. Es ist Freitag, 18 Uhr. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und zwar gibt es heute zu essen. Savar gemacht an alle kurdischen Mitbürger, an alle. Danach hat es noch nebenbei Trishka Fa Asulia gemacht. Ja, Habibi. Ich zeig euch das nachher. Danach meine Freunde, meine Damen und Herren. An alle meine Kurdis. Haris kennt ihr. Ich weiß nicht, wie das auf Türkisch oder Arabisch heißt. Aber richtig sehr, 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 sehr süß. Ja ne. Alarmstufe Rot, wenn's um Süß geht. So, dann hab ich noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Kommt mal alle mit Habibi. Mein Vater guckt dir gerade Meiswana 3. Wie ist der Film? Meiswana 3. Teil 3. Ist er gut? Auf jeden Fall spannend. Ja, er hat Teil 1 geguckt, glaube ich, die Runden. Danach hat er sich jetzt einfach Teil 3 angemacht. Und er gibt es hier nicht einfach. So, guck mal mit Freunde. Was machst du die ganze Zeit in der Küche? Was machst du die ganze Zeit hier? Nochmal. Mein Vater guckt dir einen Tag. Wir haben eine Tag. Ich habe meine Tag. Aber wie glaube ich? Aber ich mache dir ein Tag. Ich mache dir einen Tag. Und ich gehe raus und ich gehe raus. Okay. Und dann möchte ich einem Tag. Wie ist das? Okay. Nochmal bin ich noch ich. Okay. Ich gehe raus wie hier. Wir nehmen einen Tag. Okay. und ich hab mich heute übersehen kann, dass sie ein Geheimnis und wir sehen uns schon keinen Ort, aber ich habe meine Kleine aber schon gesagt, wie ich meine Kinder viele haben, immer wir sehen uns um alles zu lernen, ich habe meine Beziehungen, ich habe die 1-2-5-3 Jahre gefangen Und ich mache esינige. Ch興 in die Fremde wütende. Und ich mache es nicht so, wo ich. Ich mache es, ich mache es nur. Und ich mache es so, dass ich... dass ich meine Harrante Kuchen will. Und da gewisse ich meine W alone. Ich hatte einen weiteren Weg. Ich hatte einen weiteren Weg, weil ich noch eine geholfen war. Aber nun dein Leben auf die Seite war ich wirklich. Eine kleine Nacht. Die Sicht war mir wirklich darauf. DasISHAM und auch der Schmänner sind auch die Schrauben. In der Schmänner war es leider noch einmal. In der Schmänner war es wieder ein Geheimnis. So, Tschechi, kurz an alle Kunden, die haben das jetzt alles verstanden, was meine Mutter gesagt hat, jetzt bist du kurz hier, um das Ganze zu dolmetschern. Du wirst das Ganze mäßig mal kurz, wenn du es kannst, ein bisschen kurz übersetzen, was sie halt gesagt hat. Und ja, was soll ich dazu sagen? Rabbi, was ich dazu sagen will, das ist ja einmal im Jahr vor Weihnachten, das ist unsere ganz große Fest hier, die nennt man auf kurisch Batsmi. Das ist bei uns, wie ihr sehten, das ist extrem, ein ganz großes Fest. Und diese Batsmi, diese Zuckerfest, die wir haben, die hatten wir so ungefähr eine Woche lang mit unserer Familie, unseren Verwandschaften, unseren Freunden, unseren Nachbarschaften. Eine Woche lang wir richtig schön gefeiert. Und auf jeden Fall, ich hoffe, dass das Degi, diejenigen, das hier gemacht haben, wünsche ich die und ihre Familien eine absolute gute, gute, gute Zuckerfest Batsmi. Und ein gutes Weihnachtsfest. Und guten Rüstung zum neues Jahr. Und alles Gute wünschen euch alle. Und ich liebe euch alle, die sieben. Ganz genau, Freunde. Das waren ein paar nette Worte von meinem Derry. So, und natürlich werdet ihr auch dann noch unseren Silvester-Vlog sehen. Und was weiß ich, jeder will den Silvester-Vlog sehen. Ich werde euch den bringen. Macht euch mal keine Sorgen. Und es kommen noch ein paar Videos bis zum Ende des Monats online. Und ja, gehen wir mal kurz gucken, was meine Mama macht, ne? Ah, Freunde, sie ist rausgegangen. Papa und ich haben jetzt hier alles komplett renoviert. Die haben zwei Wochen lang gebraucht, um das so schön zu machen. Alles wurde hier komplett gemacht. Das ist viel Arbeit gewesen. Aber auf jeden Fall, natürlich muss das auch nicht gewesen sein. Aber es ist viel Arbeit gewesen. Fast fast zwei Wochen oder fast einen Monat bin ich dran geblieben und dran beschäftigt habe. Und fast bin ich allein, habe ich hier durchgezogen. Und ich bitte zu verzeihen. Genau. Deswegen macht das meine Mama draußen, Freunde, damit der ganze Raum halt nicht riecht. Hello. Ja, ich habe die Kinder in der Küche gebrochen. Ich habe mir kostenlos zwei Frauen. Ja, ich habe meine Päste, die haben hier ein paar Prognen. So, ich habe meine Päste, meine sind hier ein paar Teile. Ja, denn die haben wir dann schon fertig. Ja, und das ist schon so, dass man die Päste die Päste gibt, dass sie hier auch in der Küche bekommen. Es gibt welche Päste nutzen und das neue Päste machen. Also, die sind hier auf der Küche hoch. Das ist hier in der Küche. Ich wünsche mir jetzt einfach was, Freunde. Ich kann euch leider meinen Wunsch nicht sagen, weil das dann halt nicht in Erfüllung geht. Das ist genauso wie wenn ihr eine Wimper an einem Haut abnimmt und wegpustet. Wollt ihr auch bestimmt nicht sagen, diesen Wunsch. Deswegen, ich habe mir jetzt was gewünscht und ja, mal sehen, ob das in Erfüllung geht. Warum sagst du mir das nochmal? Nein, das habe ich mir nicht gewünscht. Das wird automatisch passieren, hoffentlich mal. Ganz genau. Ganz genau. So und dann lässt ihr es halt einfach in der Hand, bis das Ganze automatisch ausgeht. Bis gleich. Aha, Mama, was machst du jetzt hier? Janine, was machst du hier? Ich habe hier einen Hügel, und ich habe 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 einen Hügel. Hügel oder Hügel? Hügel. Warum nicht Hügel? Das sieht doch aus, wie Hügel hier, oder? Nein, das kann nicht sein! Was sagst du, ist das Hügel oder Hügel? Ich habe einen Hügel in der Umland und wollte diese Hügel, und ich habe einen Hügel gewünscht haben. Ich weiß nicht, dass ich das Leben habe. Ich weiß nicht, dass ich das Leben habe. Okay, und sie sagt Silan. Okay. Ja, habibi. Ja, habibi. Leute, Leute, komm mal an alle. Zeigt es eure Papa und Mama und schreibt. Ihr mal fragt Papa und Mama. Wer hat recht, Mama oder Papa? Schreibt in die Kommentare. Ich weiß nicht, dass ich nicht die Schilaniere. Ich weiß nicht, dass ich die Schilaniere. Ich weiß nicht, weil ich die Schilaniere ausleihen wollte. Aber ich weiß nicht, dass ich sie nicht. Es ist alles Schilaniere. Es sind Schilaniere. Schreibt meine Kommentare, wenn ich die Schlauhe, ich will, die kleine und kleine schnauhe, und sie ist die Schlauhe, und wir sind alle schraubt. Und wir haben uns mit dem Schlauhe. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch an die Seite steht. Mama oder Papa. Genau. Wir wollen echt sehen wer recht hat, ich mein es ernst, frag ich mir doch mal Jetzt kommt Ihr auf den Kommentar. Wir müssen den Ehren. Wenns Rekord von Nachdenknecht, dann ist der Schoß an den Schoß. Dr. Schoß an den Schoß. Das sind die Schoß an den Schoß. Dein Schoßt. Wir wollen uns hier mal in der Schoß mit der Schoß. Die Schoß und in der Schoß. Ich kann nicht immer noch aufs Hände gehen. Gott, Diah. Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind is oui. Ganz normal, ganz genau. Wir machen jetzt hier ein paar Sachen fertig. Wir sehen uns gleich, Freunde. Bis gleich. Sobald dieser Stempel drauf ist, dürfen die das verkaufen. Habibis, damit ihr wisst. Genau. Das heißt, es geht gar nichts. Ja, Habibi. Wir sehen uns natürlich. Aber die haben wir schon few. Verstehen uns noch mal. Zeig dir was das schönes ist. Ja. Ja, wie heißt es? Drei, f ich sagen. Wie heißt es? Das ist ein Schilder. 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 Nein, das ist ein Schilder. Ach ja Freunde, wenn ihr Bock auf die Weihnachtsfeier habt, die Geschenke sind schon da. Die einen oder anderen, alle sind dahinter und Bock weiß nicht, die haben die alle versteckt hier hinten. Full Geschenke. Das Video kommt auch noch online, aber tut mir leid. Wir machen das auf jeden Fall am Ende des Jahres, zu Silvester Zeit. Das ist mein Frühstück. Auf richtig schnell kurz gemacht, Freunde. Einfach Paprika Quark. Bisschen Oliven. Butterkäse. Beste Käse, Freunde. Schön fett, dick. Nicht zu vergessen. Noch hier türkische Salami. Die bockt extrem. Dann habe ich ein bisschen Marrabba. Bisschen für meinen Zucker. Frischkäse. Aber habe ich das Brot gerade warm gemacht. Mit Trübele. Mein Chai. Ja, Habibi. Es fehlt noch was, Freunde. Ich gehe kurz hier. Und los. Zack. So. Und dann. Einen roten noch, Freunde. So. Und was geht ab, was geht ab, Freunde. Habib Albi, wie geht es euch? Ich küsse eure Herzen. Ich hoffe, die letzten Videos haben euch gefallen. Das Tattoo Video von meinem Bruder hat euch gefallen. Wenn nicht. Und ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das letzte Video ab. Da hat er sich tätowieren lassen in Hamburg. Bei einer ganz lieben Frau. Die heißt Cardi. Gebt euch das Video. Und ja, ich bin jetzt hier auf jeden Fall dran am Essen. Freunde, ich habe ein paar Themen hier zu besprechen, die ich wirklich seit langem auf dem Herzen liegen habe. Und ihr, ich halt denke, dass ihr davon mitbekommen müsst. Auf jeden Fall, was ich mir seit langem so denke und auch dachte mäßig, so habe ich das geplant. Dass ich im nächsten Jahr, also im Neujahr mäßig, 2020 mit meinem Bruder Sami. Was hält ihr davon, dass ich mit meinem Bruder Sami einen Kanal aufmache. Einen YouTube Kanal. Und er halt sehr oft dann mit meiner Mutter zusammen Videos macht. Und nicht nur auf Deutsch, dann halt für die kurdischen Zuschauer. Und alle meine ausländischen Zuschauer, arabischen, türkischen. Die reden dann halt komplett Remix auf jede Sprache für euch. Auf diesem Kanal werden dann nur solche Sachen hochgeladen. Und auf meinem Kanal Remikey bleibt komplett wieder der, der ich bin und den, den ihr immer haben wollt. Und dann schreiben auch sehr viele in die Kommentare. Warum redet ihr kurdisch? Weil wir versteht nichts dies und das. Deswegen habe ich mir das so überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr das so gerne haben möchtet. Schreibt das mal bitte in die Kommentare rein, damit ich wenigstens davon Bescheid weiß. Ob ihr Bock darauf habt, dass ich halt einen neuen Kanal von meinem Bruder und meiner Mom öffne. Zusammen, dass sie beide halt einen YouTube-Kanal führen, die beiden. Und ja, auf unsere Sprache halt. Wenn ihr Bock drauf habt, Freunde, schreibt mal in die Kommentare rein. Und vielleicht können wir das auf jeden Fall umsetzen. Ich schaue mir jedes Kommentar heute Abend an im Bett. Die zweite Sache, Freunde, die Gewinner vom Tattoo-Gewinnspiel. Die werden im nächsten Jahr, also mäßig Januar, Februar, denke ich mal. Je nachdem wann die Zeit haben, die Gewinner. Die werden dann auf jeden Fall tätowiert. Das werde ich auf jeden Fall noch bekannt geben alles. Und das werde ich auch alles filmen. Ich habe schon mit einer Gewinnerin geschrieben gehabt, ob das okay wäre, wenn ich sie filmen dürfte. Und die meinte, es wäre gar kein Problem. Das heißt, Freunde, im Januar, Februar ungefähr, damit ihr nicht denkt, dass das alles Blöp oder Sonstiges war, werden wir das Ganze dann vollenden und zum Ende bringen. Mit den Gewinnern und den ganzen Freude machen. Und das Ganze wird auf jeden Fall bei Apex Tattoo-Studio gemacht, Freunde. Kennt ihr das, Freunde? Ihr macht arabische Brot, Mikrowelle rein, ne? Und dann, ihr wartet so 10 Minuten, das wird so hart bis hier. Macht keinen Bock mehr zu essen, kennt ihr das? So fühle ich mich gerade. Das ist so knusprig-mäßig und das bockt nicht. Viele fragen sich auch, viele, sehr viele Menschen fragen sich auch, Rami, wie ist das? Du hast jeden Tag in der Zimmer ein Video gedreht. Was hast du dann verdient? Was hast du für einen Umsatz gemacht? Was ist dabei rausgesprungen? Lohnt sich sowas? Soll ich das auch machen? War diese Arbeit, stresst du dich jeden Tag ein Video zu drehen? Mein Bruder Sami, wenn ich ganz ehrlich, der ist mein einziger reichsmäßig, der motiviert mich jedes Mal aufs Neue. Lass mich drin, lass mich drin, lass mich drin, lass mich drin. Und ich glaube, wenn ich eigentlich mal das Ganze so alleine-mäßig filmen würde, hätte ich das, glaube ich, nicht so geschafft, wie es jetzt ist. Vielleicht, wir haben zwei, drei Tage Verzug. Das ist aber kein Problem, ziehen wir auf den 7. und 4. Januar. Da habe ich gesagt, 30 Tage, 30 Tage. Scheiße, meine Kamera rausgegangen, Freunde, war zu wenig Speicher. Und ich will euch noch eine einzige Sache sagen, dann werde ich auch das Video hier, Freunde. Eine einzige Sache, die mir echt so wirklich, die ich seit langem immer so gesehen habe, verfolgt habe. Ich sehe das immer. Ich sehe das sehr, sehr viel. An alle Jugendlichen, Erwachsene. Ich sage euch das einmal und nie wieder. Merkt euch das. Ich habe das auch mit Selbsterfahrung, weiß ich das. Wenn ihr in eurem Leben einen Traum habt und ihr wollt unbedingt diesen Traum bewirklichen, dann, Freunde, hört nicht auf den, auf den und er lacht mich aus und der lacht mich aus. Ich komme zur Schule und der sagt, ah, guck mal, er hat ein Video gepostet, der hat 10 Abonnenten, dies, ah, das, ah, dies. Leute, scheißt auf diese Menschen, weil bei mir war das genauso damals. Ich weiß noch alles, ich kann euch das, wenn ich damals diese ganzen scheiße Fotos und Videos aufgenommen hätte, wie das bei mir damals war, ihr werdet mir nicht glauben, ich ging zur Schule damals, Freunde. Ich hatte meine 2.000 Abonnenten auf 4 Monate lang die ganze Zeit, sogar noch länger, ein Jahr lang hatte ich 2.000 Abonnenten. Jeden Tag in der Schule, ey, was das, der Rami sagt, so und so, er macht YouTube-Videos, bla bla bla, keine Ahnung. Alle haben mich ausgelacht, alle, alle haben mich ausgelacht und ich will euch halt nur sagen, ich will euch sagen, wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr einen Traum habt, so richtig mäßig sowas durchstarten wollt und ihr an eurem Ziel glaubt und eure Wünsche verwirklichen wollt, dann, Freunde, hört auf niemanden, macht euer eigenes Ding und irgendwann kommen die alle wieder und werden euch alle, alle, alle am Arsch hängen und alle wollen beste Freunde mit euch werden und genau dann, der, macht ihr so bei dem und sagt, wisst ihr was, damals habt ihr mich ausgedacht und heute macht, sagt ihr so, ja ne, versteht ihr, was ich meine? Freunde, ich kann euch sowas halt nur aus Selbsterfahrung sagen, ich würde euch nicht jetzt irgendwas voranladen oder was weiß ich. So ist das Leben, die Leute wollen, die Leute gönnen nie, es gibt Leute, die gönnen einfach nicht. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die gönnen nicht. Jeder Mensch, jeder, der ein bisschen was im Internet, was du sagen kannst, sag ich mal so, hat immer seinen Hater, egal wer du bist. Versteht ihr, was ich meine? Das sind einfach nur Menschen, die einfach jemandem nichts gönnen wollen und einfach dein Leben immer, 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 immer nur kritisieren müssen, weil sie es selbst nicht besser haben können und sie es selbst besser nicht umsetzen können. Die schauen sich, es gibt Menschen, Freunde, es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind so dreckig, lachen sich jedes Mal aus, wenn die dich sehen, lachen sich jedes Mal aus und sagen, hi, ha, ha, ha. Und ich weiß ganz genau, dass ich an dem Abend um 8.00 Uhr die Glocke ab, die Wetter und mein Video am Abend im Bett so anschaue mit Popcorn und Chips. Und so ist das. Vertraut mir die Welt ist so unfair. Aber ihr müsst die ganze Zeit am Ball bleiben und die ganze Zeit euer Ding durchziehen, Freunde. Vertraut mir, ich sag euch, dass ich einfach so aus Spaß, ich habe sowas alles miterlebt. Ich erlebe sowas immer noch heutzutage. Deswegen zieht einfach euer Ding durch und irgendwann werden ihr alle eure a**chen. Habibis, das waren ein paar nette Worte von Remy, ein paar Weisheiten, sag ich mal so. Ich wünsche euch alle eine schöne gute Nacht. Haut rein, einen schönen Samstag euch. Kiki, Remy K. F**k, pow. An alle meine Hater. Yallah. Remy K.